So, neben mir ist der Stefan Lelle aus Ludwigswingel, der erste Gast, der eigentlich schon gegessen hat. Was hat es denn gegeben? Eine Wildsau, nicht Wildschwein, Wildsau. Ein Wildwutz. Wilde Wutz. Mit was denn? Mit Knödel und ein bisschen Brot dazu, aber super geschmeckt. So wie es sich gehört. Hast du aber schon Vorspeis oder was gegessen? Nein, das mache ich nicht noch. Also du bist gleich in die Bolle, ja. Okay, Stefan, hier haben wir geil heute Abend. Hat es sich noch super gemacht mit dem Wetter, gell? Ja, bombastisch, bombastisch. Kann nicht besser eigentlich laufen, auch noch angenehme Temperaturen. Du kennst P6TV, wir leben von einer Grußbox. Das heißt, du darfst in die Kamera gleich nur Leute grüßen. Ja, ich grüße vor allen Dingen alle Ludwigswingler und auch die Gäste, die hier sind. Und ich denke, denen gefällt es alle hier und hoffe, die kommen auch nächstes Jahr wieder. Und ich darf auch mal hier meine Heimatgrüße Ludwigswingel. Das mache ich immer nur übers Fernsehen. Heute Abend hier genau auf dem Dorfplatz in Ludwigswingel. Und wir schauen jetzt hier gleich, wie wir noch einfangen, um das nächste Interview zu führen. Bis gleich, bleiben auf der Couch.